Hallo! Hallo! Ja, dann weibliche Verstärkung heute. Maluna. Hallöchen, ich bin die Mazat, ich bin 23, ich streame Valorant und ich bin nicht die hellste Leuchte am Horizont. Du bist gerade erst abgestiegen in Valo, oder? Und Matteo unten rechts im Eck. Dalo sagt, du kommst mindestens 10 Minuten zu spät zu Mario Kart. Dalo kann nicht mal, den mach ich aber sowas von platt, dass der wieder bei einem Turnier... Oh, scheiße, der hat recht. Bounty ist okay, ist aber nicht so gut, Moncherie ist halt Trash. Duplo ist Gigatrash. Duplo ist das Trashigste auf dieser Liste. Das ist die längste Praline der Welt! Wenn du zwei Tage liegen lässt, ja, dann schmeckt die dir Jit nur noch nach Scheiße. Denn der Pinguie mochte ich immer, bis ich gesehen habe, wie du diese Schokolade da rausgebogen hast und wie dieses mittlere Stück Schokolade, dieser Lappenschokolade, sich gebogen hat und nicht gebrochen ist. Seitdem denke ich einfach immer drüber nach, wie widerlich diese Schokolade in der Mitte ist. Und seitdem kann ich keine Kinderpinguin mehr essen. Raus mit ihm! Es ist klein, dass du mich jetzt die ganze Zeit hörst, aber... Ach nee, ach komm, jetzt lass mich doch los! Nee, ist leider nicht drin, tut mir leid. Ich sterbe, sag Maluna, dass ich sie liebe! Oh, oh! Hä, hallo? Oh, Linda! Hey Maluna, ich liebe dich auch! Oh, das war schwer! Oh, das war schwer! Schiff rein, war so. Nach einer Sendezeit von über 20 Jahren schreckt sich One Piece mittlerweile auf wie viele Folgen? Plus minus 10 Episoden. Ähm, ich räum das kurz mal aus dem Weg. Wir haben einmal Maluna mit 4000. Das ist leider nicht plus minus 10 drin. Schade. Exakt drauf. Wie hattest du Maluna? 4000. Was guckst du? Guck ich One Piece, ha? Haben die das One Piece schon fünfmal gefunden? Was? Lufis Sohn. Ey, ich sag wie es ist. Auch wenn das mich tilten soll, Alter 4 macht Spaß. Dumme Scheiße! Oh mein Gott, explosive Entsorgung. Ich, wenn ich auf Toilette gehe. Weißt du, was passiert ist? Ich achte grad so ein bisschen auf meine Ernährung, ne? Ich hab einen Tag vorgestern, hab ich wirklich so clean gegessen. So clean. Ich geh auf die Waage. Nichts verändert. Gestern hab ich so richtig, wir waren koreanisch essen. Danach hab ich Chips gegessen. Und Benjamin Blümchentorte. Und ich war 500 Gramm leichter heute Morgen. Das macht gar keinen Sinn! Ja, das hat halt doch immer sehr viel mit dem Wasserverlust zu tun, oder? Ich glaub ich mach einfach nur gut scheißen, Leute. Oder das? Okay, die Karmstix. Easy. Vielleicht zu Rind jetzt nicht. Nein, dann gucken wir mal, ob sie viel Ego haben. Guck mal, ob sie viel Ego haben. Das ist gar keine Chance zu tun. Hahaha. Ich hab richtig Bock, ja? Die haben jetzt angemacht. Haben die was geschrieben? What the fuck? Was das? What the fuck? What the fuck? Sass. Wenn du nach Kopenhagen fährst und du bist dann da und schreibst in deinem Bio, bis Dienstag bin ich hier, dann willst du doch in Schweden bumsen, oder nicht? Ist das Schweden? Kopenhagen? Ist das Schweden? Norwegen. Marmelade und Käse ist geil zusammen. Das stimmt. Mit jetzt so Kammenbär oder so. Ah, obwohl du auch. Kammenbär. Mit'n Bär. Marce, du hast auch so'n Grind momentan, oder? Was? Avocado tastes like dick. Warte, was? Ich hab heute erst so'n Tweet von dir gesehen von wegen Avocado tastes like dick. Und das ist deine Antwort zu dem Tweet. Wow. Jetzt sind wir schon wieder hier bei Kammenbär. Also... Wann hab ich so's geschrien? Au. Wann hab ich so's geschrien? Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Behind blue eyes. No one knows what it's like. To be dog shit. To be boosted. Ehring. Behind blue eyes. Except for me. Ey, weißt du, was wir jetzt als nächstes machen? Das ist richtig, richtig gut. Ja! Das ist richtig, richtig gut. Das machen wir als nächstes. Wir machen Tinder. What did he say? Äh, Tinder-Profile. Die Jut... Äh, YouTuber. Die... Das wär' auch krass jetzt. Wir machen Tinder! Wir machen Tinder! Mm-mm-mm-mm-mm-mm... J-J-J-J-J-J-J-J-J! Hier ist der Schmitte! Yo! Was bist du? I'm not the English man's whole career. Keine dreckige Ratte, wenn du noch einmal so spielst, dann erwirken... Ich hasse es anzuhalten. Ich pieke. I'm getting mad. Speak your truth, queen. Wie lang ist denn das? That's what he said. Ne, was? Nein, nein, nein. Moment, I mean, it could be. I don't judge. Hallo? Ne. Möchten Sie in Bitcoin investieren? Nicht schon wieder. Lukas, erstens. Kann ich nicht als Letzte sterben? Vielleicht? Ufu? Noch mal? Noch mal? Kann ich nicht als Letzte sterben? Und das danach? Na gut, ist ein Deal. Echt? Kack, Noob. Ich meine, aaaaaaah! Was? Nein! Oh, babe, nein, warte! Nein! Wie kannst du? Oh, oh, kinky, also. Oh, I mean. Minus 74, sorry. Aaaaaaah! Aaaaaah! Ich spiel die wieder ab! Ja, meine Spielfilme ab. Hi! Sandwich. Schon belegt, ja. Mango-Sandwich tatsächlich, in meinem Fall. Es wird nicht besser. Es ist einfach cringe. Es ist halt einfach cringe. Was soll ich dir sagen? Oh, no! Cringe! Boah, ist das laut und klein vor allem. Also, above average, aber sehr klein. So, jetzt noch mal den Klingelton. Ich wiederhole den einmal. Wer wollte noch mal meinen Klingelton? Steh auf, du Penner! Bitteschön. Jetzt. Ich hoffe, das ist guter Sound zum Wachwerden. Ich hab's irgendwie nicht so mit der Wall drauf auf B, wenn ich ehrlich sagen. Oh Gott! Ja, ich hab das, ich hab das! Alter, ich muss einfach... Ich... Eis hat Klappe... Ach, ich hab's ja dann... Wann? Fuck, Mann, Tobi sagt schon, wie die 20 Monate. Alter, du musst schon treffen. Ja. Ja! Das ist... Was war das denn? Bye, have a great time! Spike planted. Ihr glaubt, es wird B? Tja, ich aber nicht. Jetzt wird's A. Trust. Ein paar Sekunden später. Es ist A. Mein Riecher hat nicht gerochen. Äh, hat nicht gelogen. Aber nächstes Jahr hab ich so ein Booty, ey. Oh, ein Truck. Dumbtruck. Dumbtruck. Dumbtruck, oh ne, ey. So, wie late, Relux. Getting that cake. Sie hat ein Weines jetzt. Nein. Ich geh grad so zum Thema. Hab ich so ein Dumbtruck, Alter. Ich bin, DAY embar Sunday. Allah, ich bin. Bauten mapping. Die Frage ist, πά Doll. Och ta Mama, ja, gehen wir heute. Wohledig. SEhere.